Die SG Flensburg-Handewitt hat auf die verletzten Misere am Kreis reagiert und Krijimir Kozina verpflichtet. Der junge Mann kommt jetzt aus der österreichischen Liga und wir haben ihn im Interview bei uns. Herr Kozina, wie lange hat es gedauert sich für die SG Flensburg-Handewitt zu entscheiden? Ja, eine Sekunde oder wenn so ein Verein ruft wie der Flensburg, da denkt man nicht darüber viel nach, dann packt man nur Sachen und fährt los. Also es war eigentlich von der Seite sehr, sehr einfach. Sie wechseln jetzt aus der österreichischen Liga in die DKB-Handewitts-Bundesliga. Das ist eine Herausforderung. Was erwarten Sie hier? Ja, wir waren in Österreich also Meister die letzten Jahre und ich habe, das wird sicher jetzt ein großer Schritt für mich sein und von der Qualität der Liga und alles. Aber ich gebe mein Bestes wirklich, dass ich sofort hier reinkomme und meine Erwartungen erfülle. Kennen Sie schon den ein oder anderen Mitspieler in der Mannschaft? Ja, ich kenne Peter und Bogdan von früher noch. Ein bisschen ist sicher leichter, wenn man in so eine Mannschaft kommt, dass man ein paar Spieler kennt. Aber ich habe gestern schon mein erstes Training hier gemacht und alle Jungs sehen super freundlich aus und haben mir sofort viel geholfen. Und ich glaube, von diesem Punkt wird es nicht schwer für mich sein. Sie haben es schon angesprochen, Sie sind in den letzten zwei Jahren zweimal Meister, einmal Pokalsieger geworden. Was für Ziele gibt es denn in Flensburg? Ja, Flensburg als Verein vor zwei Jahren Champions-League-Sieger, Cup-Sieger. Wirklich immer will alles gewinnen und ich will in das reinpassen. Ich hoffe, ich kann bei diesem Erfolg eine große Hilfe sein. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke.